Eine gute Schulbildung, eine solide Grundausbildung mit Weiterbildungsmöglichkeiten und nach Möglichkeit tätig sein bei der Migros. Ich bin Tieren Barmädler, ich bin Merchandiserin in Bekleidung und bin für Genossenschaft Migros Basel tätig. Das coolste ist, wenn ich spezielle Bekleidungsflächen, wie hier im Dreuspitz, planen, visualisieren und umsetzen kann. Das ist sehr cool. Ich habe das Glück, dass ich das in der Genossenschaft Migros Basel machen darf. Das bin ich auch sehr stolz. Die Einschränkung ist die hochemotionalen Sortimente in einem Super- und Verbrauchermarkt, auch von der Nachbarschaften her optimal zu positionieren. Migros ist der grösste Detailhandel der Schweiz mit den ganzen Super- und Verbrauchermarkt, Fachmarkt und Gastronomie. Meine Aufgabe ist, als Merchandiserin in Bekleidung in der Genossenschaft Migros Basel, betreue ich die ganzen Bekleidungsflächen inklusive Schuhe. Ich plane bei Revitalisierungen und Ombudern von Filialen die Fläche und die strategisch hinterleihten Sortimente ab. Ich habe einen Filialbesuch bei der Teamleiterin Bekleidung, wo ich telefonisch avisiere. Dann besprechen wir Zahlen und machen einen Rundgang. Am Schluss wird das Ganze noch beurteilt und die Filiale kommt dann noch darüber. Bei dem Projekt haben wir eine Kick-Off-Setzung. Wir besprechen uns in einem Dreierteam zusammen und besprechen den ganzen Umbau und die Fläche strategisch aufteilen, wie es eigentlich vom Vertriebstyp her angedenkt ist. Also ich gehe so vor, dass es wichtig ist, die Nachbarschaften, der Ablauf und wo die Kunden sich durchbewegen, der Kundenstrom. Das ist sehr wichtig. Es gibt sicher immer Stellen, die weniger frequentiert sind, wo das Sortiment besser drehen oder weniger gut drehen. Ich bin in Roterisch geboren und habe eine Primar- und Sekundarschule besucht. Als Grundausbildung habe ich eine Dammenschneiderin-Lehr gemacht. Ich war dann im Sprachaufenthalt in Lausanne und habe meinen Kaufmann weitergebildet. Und 1982 war ich bei einem renommierten Schweizer Wäschehersteller im Einkauf. Ich habe dort acht Jahre der Einkauf gemacht. Dann bin ich in die Migros Basel als Produktmanager eingetreten. Bekleidung, also Einkauf. Ich habe dort Sport, Kinderbekleidung, Accessoire und Bademode eingekauft. Dann 1999 habe ich meine Funktion verändert als Merchandiserin-Bekleidung. Und bin jetzt eigentlich tätig seit 1999 bei dieser Funktion. Es geht sicher mit einem anderen Wertegang. Wichtig ist, dass man modischen Flair hat und auf der betriebswirtschaftlichen Ebene gut argumentieren kann. Und das ist eine solche Aufmerksamkeit.